da läuft noch einer rum Was würdest du? Wie bitte? Ich würde jede einzelne Runde, die dich gewinnt Oh, ein Fonds gegen den Fortnite Oh, gibt's hier eins gegen eins? Gibt's sowas? Ja, natürlich Ja, dann ab mal auf, komm Ja, okay, easy Du kannst Fortnite neu bauen, wenn wir beim Klee vergleichen Aber ohne bauen? Ja, okay Noch einfacher Bauen ist was für Juppies Alter, man weiß nicht, ob's da Was gibt's denn da für 1G1-Webs und 0 bauen? Du musst mich ja leiden Du musst mich ja leiden, wenn ich hier irgendwas machen kann Stimmt Nee, da, ja da oben Da hab ich dich schon in den Vorteil Ich mach mal ne bessere Pamm Ach, da ist der Name, da war Ich hatte immer noch eine Graue Ich hätte immer noch eine Graue Ich hätte immer noch eine Graue Ich dachte, ich habe nur meine Kleine und rein Das du erkannt von meinem Kind Die geht auch Nee, W01 wie kann ich denn hier ins kind wechseln wir haben das verschreckt im spinnt und dann braucht es natürlich kann also dort da oben wenn einer hoch er wettelpass aufträge wo ist fast tot und dann ja das erste große felter voreinstellungen gehe ich noch mal kurz raus verlassen der voreinstellungen bei ganz und so ganze kombinationen einfach speichern ausschließlich sich in allem und wie man sollen jürgen Prozent ich will nicht in Wachter ich trete ein Wagen abtut so wichtiges Kind in den Häusern zu machen überall noch welche wenn ich jetzt ja ich kann kann aber ich habe die erste gewinnt wofür steht man auch noch nicht bereit drücken so magst du vorher gewinnt er sehr und ohne die wir schon jetzt ohne ich bereite nur noch ein kümmern das war immer an den Rest den Antimmel schauen wo die sind wir sind schon sehr manche sie geht es nicht los ja es muss erst mal laden Mensch das ist noch lange Zeit nicht ich muss eben muss er uns jeder bereit war ich hab ein bisschen später bereit gemacht ich sehe nicht gleich sind wir ein haus am rand also wir sind jetzt in so einer stadt und musste aufheben dann kannst du los schießen es gibt keinen fall schaden ist aber scheiße den ersten habe ich jetzt schon jetzt speck wenn du eine runde gewinnen jetzt 90 prozent der spieler die sonst mit spiel jetzt 3 jetzt 4 jetzt 5 jetzt shipwreck ja mann ich wollte den kill epic bist jetzt bereit 1 einstellung maus maus empfindlichkeit warte noch mich schon was aus den boxen haben nein ja was soll man dieses prisma hindring zu ehem so einen prüfen ja und wo ist der das ist an der roten bei der apparat was ist der apparat das ist der nachbar von der gerät trace bei der apparat wer ist denn trace überhaupt ja du bist trace ich habe es gefunden also kannst du dass du Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was Präsen denn so? die müssen gegner also noch nicht rutschen war eine goldene trommelsport fünfte da und tschüss Okay. Schön. Da unten links ist auch einer am Baum. 50, 60, 80. White, 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 tot. Mein Green hier fällt mir auf. Oh, 5er Ticks. Aua, aua. Let's go. 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 Schaut euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay.